Bei Fokus Jerusalem zeigen wir Ihnen aktuelle Berichte aus Israel. Wir vermitteln Hintergrundinformationen und verweisen auf biblische Bezüge. Das geht nur mit Ihrer Unterstützung. Denn wir bekommen keine Zuschüsse von Kirchen, Ländern, Organisationen oder Zeitschriften. Fokus Jerusalem ist ein unabhängiges Fernsehmagazin, das ganz von seinen Zuschauern getragen wird. Sie können die Produktion dieser Sendung unterstützen. Der gemeinnützige Verein Medienförderung Shalom Israel e.V. hat für uns ein Spendenkonto eingerichtet. IBAN DE 36 66 05 01 01 01 08 23 75 53 Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.fokus-jerusalem.tv Ganz herzlichen Dank für alle Gaben und Gebete! Geizigart 我覺得 die Spe handel, die wir nicht kennen nutzen haben. Wir sind gut, die wir nicht kennenlernen. Ich finde die Augen.